Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Was wir hier machen, wir erfassen Objekte, Artikel und generieren somit die Stammdaten. Das heißt, im Endeffekt machen wir nichts anderes, wie dass wir neben dem Gewicht auch die Volumina entsprechend erfassen. Wir scannen den Artikelbarcode, haben dadurch natürlich die Referenzierung zu den Ergebnissen von unserer Messe, ziehen den Lichtgitterraben über das Objekt, bekommen dann die Volumen, das Gewicht und machen zeitgleich auch noch ein Bild. Zusätzlich haben wir Möglichkeiten, mehrere Bilder von einem Objekt zu erstellen, um natürlich entsprechend auch mehrere Ansichten eines Objektes mitreferenziert zu dieser Artikelnummer zu speichern. Zusätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die Daten, die wir generiert haben, nicht nur als Flat-File, CSV-File abzuspeichern, sondern natürlich durch unser Know-how, das wir über unser Versandsystem haben, auch entsprechend über Schnittstellen wie SOAP, JDBC oder Ähnliches in das Warenwirtschaftssystem oder in das Host-System zurückzuschreiben. Die Zielgruppe ist eigentlich sehr offen. Das heißt, es kann jeder nutzen, jeder Kunde nutzen, der seine Stammdaten pflegen möchte. Jeder Kunde benötigt Stammdatenlänge, Breite, Höhe, Gewicht sowie eventuell auch Bilder seiner Produkte zur Einlagerung oder eben auch zur Optimierung seines Versandprozesses. Im Endeffekt, um zum Beispiel die perfekte Verpackungsgröße für eine Bestellung entsprechend auszuwählen.